um doch da hat er der dritte 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 Brüm Böhm er weiß es lassen Helvon hat jetzt das in der Oto rumgezogen wenn ich glaube ich bin bald ein Terrarium mit Echsen ich komme bald ein Penis ich habe auch nicht ich habe noch muss ich hier zu hause wissen die es aber aus aus silikon vielleicht gefällt es trotzdem das war ja machen richtig scheiße holen wir noch bei ich habe noch weiter zu damit man richtig abfixen können und du abspritzen jetzt habe ich ein scheiß kopf kino und hat aber im penis wie so ein schwarzer jetzt überlegt immer wirklich so nösen dünnen typen der nächste so hat er wird doch den strand haben so umkleidet sich dass ich um so meine damen und herren willkommen hier zurück zu einer neuen folge von von runner 2000 zu der mission die man hier vom secret service machen kann heute mit dabei ist natürlich unser guter lieber alte freund denn ja alle vermisst haben weil wir ihn so oft schon gehabt haben in unseren betten eigentlich auch falsch also ich glaube ihr hört dass das ein junges mädel ist nein also es ist firehawk mit denen habe ich ja letztes mal schon genau im letzten war dabei gewesen und und mich hey das war einer fech gehabt hey 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 zwei Runden versucht beide verkackt gewesen die letzte Runde nehme ich habe ich schon überlegt ob ich die jetzt mit reinnehmen oder nicht nicht ich genau ich lasse es da mal ein bisschen verkackt gehabt aber das ging ja noch alles erst mal ein Salto weißt du weißt du auch da ist er genau hinter mir bei die Hupe man könnte eigentlich schon mal die Dings auswählen bist du gerade ja auf weh so ist die niedliche Hupe so ein James Bond Auto noch nie mal gelandet aber das erst was ich kaputt gemacht habe ist der Chat ne ich hab ihn kaputt gemacht ich hab ihn angeschossen auch schade das Flugzeug kann man noch nicht anschießen das ist noch nicht als Objekt geladen ja die Mission ist hier einfach nur hier alle zu töten durchzufahren die ganze Zeit nicht zu machen auch die ganze Zeit Raketen zu zünden was auch sonst und das haben wir vor uns nicht geschafft gehabt weil wir zu dem ich waren ne also einmal ist Feueroog vor uns gestorben einmal bin ich rausgeflogen ich würde mal interessant finden warum ich rausgeflogen bin aber oh der Sprung war ein bisschen mies ich hab schon vorhin angesprochen ist es kaputt ja ja es wird bestimmt nochmal neues bohren denkst du ja klar weil es irgendwie mit zur Mission gehört und jetzt ist es so ja nur ein Objekt gewesen ich weiß es nicht also weg ist es ja ich seh es ja ich kann nicht mal hier ordentlich fliegen Panzer so vor allem dass sie trotzdem mit diesen Versorgungsautos einfach so rumfahren im echten Leben wäre hier irgendwelcher Schutz den ich weiß nicht die würden hier dann das irgendwo hin verstecken irgendwie das bin ich mal gespannt Versorgung des Hubschrauber so so jetzt müssen wir noch die Hubschrauber töten dann abhauen und hoffen dass wir nicht sterben ja der Plan bis jetzt bis jetzt so Hubschrauber ist weg und andere Hubschrauber ist weg oh doch das Flugzeug ist weg das hätte ich jetzt nicht das hätte ich jetzt nicht ich hätte jetzt gedacht das spawnt wieder oder so weil wie gesagt das gehört ja zur Mission und so naja so mal gucken ob man Flüchtling abzeichnen Flüchtling ich bin keiner so lang ich hab ich hab vor uns das Abzeichen Polizei Liebling bekommen ja warte auf mich ich will auch noch ein paar Leute zerstören ja recht gehabt nee uff ha was nur fast hab nur kurz gebrannt aber nur kurz dünn 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 springen zum Abholungspunkt ich hab mich grad irgendwie frage ich mich wo der Panzer hinschießt der hat geradeaus durchgeschossen also es sieht recht gut aus dass ich diesmal nicht rausfliege das gefällt mir fuck sag nicht du bist gestorben hm was ist passiert ähm nichts ey ich warne dich Junge doch lebe ich ha ha ich bin da ja geil endlich hallelujah und wie viel gibt es diesmal 11 12 ja für dieses ja für das bisschen hier die Mission war außerdem auch schwergestellt für die Leute die jetzt senken ähm was macht ihn da für ein bisschen blitzen war auch schwer hier sind Profis was das angeht äh ja äh ich ja stimmt äh 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 Profis genau eigentlich ist es so schwer gewesen stimmt ja so war das ist das